Ich bin Anne-Marie, ich bin 19 Jahre und ich bin jetzt seit 2018 bei Special Olympics dabei. 2019 habe ich zusammen mit anderen die inklusive Jugend von Special Olympics Nordrhein-Westfalen gegründet. Musik Wir haben hier Klettern überlebt und sind in dieser Kletterkirche hier in Mönchengladbach und sind hier einen tollen Tag mit 20 Teilnehmern zusammen. Und es war einfach toll zu sehen, wie begeistert die die Wande hochklettern. Musik Das Special Olympics bietet viele Sportarten an. Besonders Spaß macht es natürlich immer, bei den großen Events zu helfen. Musik Bei Special Olympics ist die Gemeinschaft einfach einmalig. Man unterstützt sich gegenseitig, hilft sich, freut sich füreinander. Und wenn du das auch erleben möchtest, dann kannst du gerne nach Bonn kommen und uns unterstützen. Musik Musik